Willkommen zu Nörden Spielt! In Civilization war ich ja im Begriff, zu schauen ob ich vielleicht eine Chance habe, Indien einzunehmen, weil die auf der Halbinsel ziemlich visioniert Dazu brauche ich aber einiges mehr Jetzt bin ich besser Ich habe hier drei Brüder verwendet Ich muss jetzt erst noch mal sehen Dass ich Damaskus noch geteilt bekomme Unser Volk hat einen großen Propheten in unser Land gelockt Schickt die Sachen Wohin soll ich das nicht schicken? Dann haben wir noch einen Dann haben wir noch einen Ein bisschen schneller Mal wieder Einen Der Die 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 So. Da haben wir... ...Holch. Handwerker. Da hin. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. Das ist gut so. Oh, nehm ich noch. Mecker braucht mir. Und auch. Oh, nehm ich noch. Und da hin. Damaskus. Krieger zum Verteidigen. Mahnabend. Da habe ich jetzt einen schweren Staltwagen. Da haben wir den Händler. Handelsweg einrichten. Dann gehen wir den Händler. Dann gehen wir den Händler. Dann gehen wir den Händler. Taktik bedeutet mit dem, was du hast, das zu tun, was du kannst. Okay. Ich will mich dann besser verteidigen. Dann gehen wir den Händler. 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 Entweder du hast du ein Signal. Eine Belagerungseinheit. Sie wird sicherlich von Nutzen sein, wenn wir... Okay. ... ... Drei, 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 Drei. Da ist noch ein Handwerker, da können wir noch eine Vantage bauen. Das ist ein Kutterflut. Dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ein Kutterflut. 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 Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Landwirtschaftserträge zu steigern. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung. Was habe ich denn hier jetzt noch Militär? Dass ich weniger verbrauche. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Das ist ein Kutterflut. 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 Ich fahre aber da mal dahin. Cairo. Nochmal weiter. Damaskus. Krieger. Die verbranzen sich da. Dann warten wir noch bis der Rambock da ist und dann speichern wir ab und greifen wir an. Was war das? 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 My attempts to avoid violence have failed. An eye for an eye only makes the world blind. Do you have any more blood? Musik Da muss ich gucken, Wohnraum Da kriege ich mehr Wohnraum Musik 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 Dann warten wir noch eine Runde Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ike, Ike! Ike, 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 Ike! Ike, Ike! Musik Möchte ich irgendwas aus? Musik Möchte ich jetzt eine Einheit verloren? Musik 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 UNTERTITELUNG Siegt? Siegt? Ok, der erste Steine auf meinem Weg? Ich behalte sie alle und baue daraus meine Bombe. Diese Siegt? Siegt? Ja,TRicked? Siegt? 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 Das sind keine blöde Pergenehmlichkeiten. Das sind keine blöde Pergenehmlichkeiten. Zu Friedenszeiten wird man von Söldnern ausgeraubt, zu Kriegszeiten von seinen Feinden. Das sind keine blöde Pergenehmlichkeiten. 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 Blöde Pergenehmlichkeiten. Das sind keine blöde Pergenehmlichkeiten. Dann sollten wir wahrscheinlich doch nochmal gucken, dass wir ein paar Ablagerungsgeräte bekommen. Das machen wir dann auch.